Hallo zusammen, ich bin Kai, der hier, und zeige heute HASE. HASE ist ein Webformular, um die Mobilitätshilfe der Deutschen Bahn online anzumelden. Und zwar ganz einfach und in wenigen Schritten. Wir haben ein Online-Ticket erworben und planen jetzt eine neue Zugfahrt, geben hier auf Neue Fahrtplan ein, können eine Zugfahrt importieren. Und dafür brauchen wir nun eine Auftragsnummer. Und die Auftragsnummer können wir aus unserem Ticket rausholen. Die ist hier das Ticket der Deutschen Bahn. Und die Auftragsnummer können wir klicken, nehmen wir mit und fügen sie hier ein. Und sagen dann importieren. Und wir sehen Abfahrt in Kiel, die Zugnummer, an welchem Gleis es losgeht. Und wo wir ankommen, alle schon voraus eingefüllt. Wir können jetzt unsere Reise anlegen. Und sie ist jetzt hier drin. Wir klicken hier einmal rauf und sagen Hilfeleistung anmelden. Das machen wir jetzt. Wo wir es wirklich machen, ja, wir machen es. Wir können jetzt noch spenden. Oder sagen OK. Und dann können wir mal sehen, hier ist er bereit. Es wird jetzt gerade übertragen und angemeldet. Schauen wir doch nochmal auf unser Dashboard. Hier sind bereits sieben angemeldete Hilfeleistungen drin. Eine wird gerade angemeldet. Hier unten sehen wir, wie viele Aufzüge gerade defekt sind. Dazu vielleicht später einmal mehr. Hups! Jetzt sind es acht angemeldete Hilfeleistungen. Wir können da einmal reingehen und sehen, 10.7., das ist das, was Sie gerade angemeldet haben, ist angemeldet. Schwupps! So einfach ist es, die Hilfeleistungen bei der Deutschen Bahn über die Hase-App anzumelden. Ja, probiert es doch selber einmal aus. Tschüss!